Was gelacht man, du Seafalter, Ozeria und heute gibt es einige Informationen, einige kleine Informationen. Zum einen kommt Kevlar, die es wiederum heißt, für sich Ultra-Ensin Goku kommt, für die Stage von Freeza kommt, das werden wir alles behandeln. Aber kurz außen vorweg, ihr seht das hier richtig, ein Ticket-Banner. 1000 Ticket-Banner, was heißt das für uns? Und zwar wurden im globalen Dokkan-Battle schon mal die 1000-Day-Celebration, die 1000-Tage-Celebration, die Tickets dazu hinzugefügt. Natürlich nicht übersetzt, wie ihr es hier gesehen habt, aber sie wurden hinzugefügt. Was heißt das für uns? Shoutout an Dokkan-Reddit natürlich an der Stelle. Das heißt für uns, wir sind momentan bei 968 Tagen im globalen Dokkan-Battle. Die nächste Celebration endet am 19.03., bei uns wird das der 20.03. wahrscheinlich der Fall sein. Und dann werden wir um den Dreh herum bei 990 Tagen sein. Dies wiederum heißt, bei der übernächsten Celebration, bei der übernächsten Feier, um es richtig zu sagen. Deswegen werden wir wahrscheinlich die 1000-Tage-Celebration zelebrieren. Das wird dann ungefähr, ich gehe mal davon aus, Ende März, Anfang April der Fall sein. Und dies wiederum könnte heißen, nicht nur, dass die 1000-Tage-Celebration losgeht, denn wir sind eigentlich kurz davor, die 250 Millionen Downloads des Spiels zu erreichen. Ja, genau, um es kurz zu sagen, sind wir eben kurz vor den 1000-Tage-Celebration. Dies heißt für manche L.A. Goku. L.A. Goku werden sie wahrscheinlich schon bekommen. Für wiederum andere für uns werde ich auf jeden Fall gespannt sein, was da auf jeden Fall kommen wird. Wenn man so zwei große Events vereint, wird auf jeden Fall viel los sein im Zeitraum April. Aber nun zu den quasi demnächst bestehenden News, nämlich Kevlar. Vor zwei Tagen gab es ein Data-Download, eine Serverwartung besser gesagt. Und da wurde Kevlar zugefegt, unter anderem. Genau, unter anderem kommt das Metal-Cooler-Event wieder zurück. Das Goku & Friends-Event kommt zurück, indem ihr den in Gotenks euch erfahren könnt. Neue Daily-Missionen, beziehungsweise Time-Limited-Missionen werden zurückkommen. Und da können wir unter anderem uns neun Stones holen, indem wir 30 Stages bewältigen. Und verschiedene Daily-Missionen, indem wir auch Stones bekommen. Indem wir täglich drei Stages bewältigen, so wie momentan auch, bekommen wir ein Stone. Aber darum geht es nicht, nämlich, beziehungsweise geht es darum auch natürlich, dass das Ganze wird kommen. Kevlar, Kevlar kommt. Gucken wir uns Kevlar mal genauer an. Mit Kevlar kommt auch der Free-to-Play-Ultra-Event Goku. Beziehungsweise werden wir zu dem Story-Event, zu den jetzigen weiteren Stages hinzukommen. So, dass wir den physischen Goku awaken können. Das werden wir uns aber genauer angucken. Denn da gibt es ein, zwei Sachen, die ihr euch auf jeden Fall merken sollt. Kevlar, wann kommen die beiden? Sie kommen am 2.3.7 Uhr morgens unserer Zeit. Das ist diesen Freitag der Fall. Wenn wir uns Kevlar anschauen, das sehr, sehr gut an Kevlar ist, sie ist Leaderin der Potara-Kategorie. Die erste Leaderin der Potara-Kategorie. Sie gibt den Charakter in der Potara-Kategorie Kripplus 2 auf Angriff, HP und Verteidigung 120%. Sie ist wirklich ähnlich wie Ultra-Event Goku, denn sie hat auch kein Awakening, wenn sie kommen wird. Bis dato hat sie auch in JP keins. Wir müssen da ein bisschen warten, ob sie eins bekommen wird. Eigentlich schon. Sie ist so ein Charakter, die in Awakening kommen sollte. Das Problem ist, sie ist nicht Dokkan-exklusiv, sondern wie Kalifla und Kale. Und Dissertum heißt, sie ist in jedem anderen Banner. Nachdem sie in ihrem eigenen Banner sein wird, natürlich. Warum habe ich das Ganze angesprochen? Denn, ob sie ein Awakening bekommen wird, ist ein bisschen schwierig. Eigentlich sollte sie eins bekommen. Aber es könnte auch sein, dass sie komplett eine neue Karte bekommt, die ein Awakening bekommt. Und diese hier ein Rebirth bekommt. Ist auch ein Awakening, aber halt quasi, wo ich eh schon mit ausgehe, ohne 4s Battle. Aber was das Ganze uns bringen wird, müssen wir dann noch abwarten. Bis jetzt, bis dato, kommst du auch ins Global-Docam-Battle so in der Form ohne Awakening. Was kann diese Form? Wie gesagt, Leader-Skill ist sehr, sehr wichtig. Denn der nächste Protara-Kategorie-Leader, der nach ihr kommen wird, wird Elevigito sein. Und das wird noch dauern. Das ist Anfang Juli der Fall. Also, während ihr Leader-Skill könnte man sie auf jeden Fall schon holen. Sofern man sehr gute Protara-Charaktere hat. Protara-Charaktere sind alle Charaktere, die Protara-O-Ring-Träger sind. Ja, dazu gehört auch Goku Black, Zamasu, Rosei, Vegito und so weiter und so fort. Sie macht immense Damage. Das ist sehr, sehr gut. Und verändert die Verteidigung des Gegners sehr, sehr stark. Ihre Passive ist sehr interessant und sehr cool, finde ich. Cool für sie. Denn sie verändert Int-Key im Physis-Key und bekommt für jeden Physis-Key, den sie einsammelt, auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Zudem hat sie eine Medium-Chance, die gegnerischen Angriffe zu dodgen, ähnlich wie Kalifla. Kalifla hat eine höhere Chance, sie hat eine Medium-Chance. Aber sie kann sowohl Auto-Attacks als auch Ultis dodgen. Und sie macht einen Additional-Attack mit einem Medium-Chance, das eine Super-Attack wird. Also das ist quasi die Mechanik von Kale. Die hat eine High-Chance natürlich, sie hat beides mal Medium. Aber das ist auch so ein Indiz eigentlich, dass es noch ein Awakening bekommen wird, weil die mit den Medium-Chance könnte noch hoch werden zu High-Chance. Attack und Death-Boost könnte 12% werden. Aber wie gesagt, da wissen wir noch nicht so viel. So ist ihre Passive bis jetzt, wie sie erscheinen wird. Ist sehr interessant und sehr cool. Kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen. Ihre Link-Skills sind ein bisschen... Es geht. Sie hat Super Saiyan, gibt ihr einen Angriff-Boost und dann hat sie eigentlich nur noch Key-Link-Skills, mehr oder weniger. Battlefield-Diva gibt Key-Plus-2. An Dash ist das auch ein bisschen nutzlos, wenn man sie nicht in einem Peppy-Girls-Team spielt oder an sich mit anderen Battlefield-Diva-Charakteren. Power Bastard by God gibt ihr 2500, wenn sie einen Angriff startet, eine Ulti startet. Ist gut, das hat auch Vegito zum Beispiel, das kann sie mitnehmen. Und Vegito unter anderem hat auch Fuse Fighter. Fuse Fighter-Link-Skill ist sehr, sehr gut für sie. Wenn ihr sie mit anderen Fusion-Charakteren spielt, beispielsweise in einem Super-Physis-Team mit Super-Vegito, 3-Fangu-Tanks, Sea-Tanks und so weiter und so fort, bekommt sie Key-Plus-2. Warriors of Universe 6, weiter Key-Plus-2. An der Stelle ist dieser Link-Skill. Mehr oder weniger werdet ihr nicht so oft gebrochen. Es sei denn, ihr habt andere Universe-6-Charaktere. Und dasselbe gilt für Tournament of Power. Gibt Key-Plus-3. Es sei denn, ihr habt andere Tournament of Power-Charaktere. An sich, overall, wirklich ein sehr guter Charakter. Aber zuvor, mal zu Ui Goku. Ui Goku wird sein Awakening bekommen, der Free-to-Play-Ultra-Instinkt. Goku an der Stelle, wenn er das Ganze lädt, genau. Er wird so aussehen wird zum Ui R. Und so wie er jetzt auch ist, gibt er Universe-2-Wild-Saga-Kategorie Key-Plus-3, H-P-3 und F-30%. Macht Supreme-Damage. Er bekommt 80% auf seinen Angriff. 80% sind solide für den Free-to-Play-Charakter. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und gibt Universe-2-Wild-Charaktere noch Key-Plus-3. Experience Fighters. Attack-Plus-10%. Sailor-Linish-Key-Plus-1. Kamen-Maria-Guardley-Power. Attack-Plus-15%. Sehr cool. Prepared-for-Battle. Sehr wichtig für ihn. Prepared-for-Battle haben die meisten Charaktere. First Awakened. 25%. Und Tournament of Power. Gibt Key-Plus-3. Nun, ganz wichtig für alle, die sich fragen, das ist der Free-to-Play-Farm-Bere... Die Farm-Bere-Assay für den Int-Ultra-In-Zinko. Wie bekommt ihr ihn? Nämlich, aus dem Story-Event, was momentan läuft, Universe-Survival-Saga. Job auf Stage 3. Dieser Goku hier. Dieser Goku ist der, der zum Ultra-In-Zink-Free-to-Play-Physisch-Goku wird, den wir uns gerade betrachtet haben. Da werden noch weitere Stages hinzukommen, am Freitag, wie gesagt. Aber ihr könnt jetzt schon mal hierher gehen. Wenn ihr den als SA benutzen wollt, um die SA zu erhöhen von dem Int-Goku, geht ihr her und holt euch neun Stück von diesem Goku schon mal. Tut ihn schon mal so, sie awaken, soweit es geht. Denn sobald die Medaillen kommen, müsst ihr alle neun Stück von denen awaken. Heißt, diese neun bleiben auf SA1 bei euch, Leute, wenn ihr sie nur für die SA für den Int-Goku benutzen wollt. Und dann bereite ich schon mal neun Stück vor und könnt ihn dann, wenn die Medaillen kommen, awaken auf UR bringen. Ja, dann müsst ihr hier auf UR sein, so wie der hier. Und dieser gibt dann 100% auf den Int-Goku. Wenn ihr aber diesen Physisch-Goku auch wollt, also der ist auch sehr gut, würde ich empfehlen, euch zu holen, holt ihr euch auf jeden Fall zehn von denen. Tut alle in einen rein, sodass eine von denen auf SA10 ist. Und dann könnt ihr euch mit den Medaillen diesen hier holen auf SA10 und auch gegebenenfalls die Dupes öffnen, wenn ihr noch viel weiter rollt und sie awakt. Genau, es ist sehr, sehr wichtig, würde ich dir empfehlen, der Charakter ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist quasi an der Stelle der Charakter, der die SA von dem Int-Goku erhöht, indem er auf UR wird. Oder ihr holt ihn selbstständig so und tut ihn auf SA10. Genau, zudem noch letzte Meldung für heute. LR Freezer, die vierte Stage von LR Freezer kommt. Was heißt das für uns? Wir wissen, bis jetzt gibt es nur drei Stages von LR Freezer. Da droppt er einmalig auf Stage 1 und 1%. 1% ist nichts, dass ein weiterer droppt. Sorry. Auf den anderen Stages droppen die Medaillen. Ihr seht hier die Raids. 50% für siebenmal und so und so fort. Aber Stage 4, Stage 4 kommt auch ins globale Dukam Battle. Wie gesagt, wann wird das der Fall sein? Das wird bei uns so um den Dreh herum sein. 2. März, 3. März. Soweit wir die Information dazu bekommen, lasse ich es euch genau wissen. Und zwar kommt Stage 4 hinzu und da ist er nur vom Agility Typus. Und wir wissen, welche Charaktere kann man hier mit reinnehmen. Free-to-Play-Charaktere, die aus einer Stage droppen. Dazu zeige ich euch auch gleich eine Seite. Den Link werde ich in die Beschreibung setzen. Könnt ihr euch gerne angucken. Für Stage 4 droppen die Medaillen 85% von 0 bis 10. Aber das Gute ist, bei Stage 4 zu 15% droppt der Charakter. Das heißt, ihr könnt hier mit ihm die Essay erhöhen, auf Essay 10 bringen vom Freezer und die Dupes öffnen. Und dann könnt ihr euren LR Freezer Rainbow starren. Also auf 100% bringen. Gut, wenn wir uns jetzt noch einen Link gucken, der wichtig ist. Denn wir können hier wie gesagt nur Free-to-Play-Charaktere mitnehmen, die aus Stages droppen. Diesen Link werde ich in die Beschreibung setzen. Hier steht quasi dran, welche Charaktere aus Events droppen und die ihr benutzen könnt für LR Goku oder LR Freezer. Aber der Link, wie gesagt, zum dritten Mal, sorry, ist in der Beschreibung. Aber die Charaktere könnt ihr quasi entnehmen, welche das sind. Ich würde euch für Freezer, für Stage 4 speziell, auf jeden Fall ein Free-to-Play-Tech-Team empfehlen. Free-to-Play-Tech-Charaktere gibt es wirklich sehr, sehr gut. Der Leader haben sie auch einen soliden Leader. Super Saiyan 3, Age of Goku. Falls ihr nicht wisst, wie ihr ihn holt. Ich habe dazu einen Guide gemacht. Werde ich auch in die Beschreibung reinhauen. Denn wenn wir sehen, wir können zum Beispiel den Goku mitnehmen. LR Goku reinhauen. Super Saiyan-Charaktere sind sehr, sehr gut. Mit Mighty Mass, Xenotrunks, Piccolo, Angel Goku. Candy Vegeta ist mit dabei. Also Free-to-Play-Charaktere, die neue Juden. Da würdet ihr auf jeden Fall euch gut erfahren können. Oder eben auch Agility-Charaktere für Stage 3. Wenn ihr ab Stage 3 nur die Medaille erfahren wollt. Oder Free-to-Play-In-Team ist auch sehr, sehr solide. Könnt euch gerne mal hier durchschauen und euch euer Team bauen. Und gucken, wie ihr wo welche Charaktere bekommt. Dann habt ihr das Ganze auch im Blick. Wie bekommt ihr wo welche Charaktere, wenn ihr einmal draufhügt. Zum Beispiel bei Candy Vegeta. Und auf die Seite geht bei Dokkan-Wiki. Dann steht das hier dran. Aha, ihr bekommt das hier. Von der Majin Buu Stage und so weiter und so fort. Alle Informationen sind dann hier. Genau Leute. Anyways. Das wäre es dann zu dem Video. Wie gesagt, Kevla. UiGoku.com. 1000 Celebration Tickets sind auch ganz, ganz nah. Und 4. Stage von Freezer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. 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 Peace.